Hallo ihr Lieben! Ich muss mich erstmal bei euch entschuldigen, denn es kam jetzt wirklich schon länger kein Video mehr. Ich bin einfach total eingespannt in der Arbeit und habe einfach nicht viel Zeit gefunden zu filmen, was ich selber total schade finde. Aber ja, ich habe ein paar Videos geplant und ich hoffe, die gefallen euch. Und ja, hier seht ihr schon den Mio und die Smilla. Die Smilla hat dieses Outfit an, das ich so gerne mag, das sie auch in Hamburg anhatte. Von Hamburg gibt es auch noch Videos. Da waren wir nämlich, oje, Ende letzten Jahres im Urlaub und haben da auch gefilmt und ich bin einfach überhaupt noch gar nicht dazu gekommen, die Videos zu schneiden. Aber das werde ich noch machen, vielleicht die Tage, aber ich verspreche euch jetzt mal lieber nichts. Bei mir kann sich das ja immer ein bisschen ziehen. Ja, da liegt auch der kleine Mio mit seinem Hundeschlafanzug. So süß die beiden. Und wenn man sie so sieht, dann denkt man doch gleich, oh, zwei süße kleine Jungs. Aber Smilla ist natürlich nach wie vor ein Mädchen. Ja, wir haben ein bisschen umgeräumt, das zeige ich euch auch gleich. Aber erst möchte ich euch zeigen. Deswegen ist die Kamera auch so komisch hier ans Eck gerichtet. Was ich gefunden habe, und zwar auf der Straße. Und zwar lag das beim Sperrmüll. Ich wusste gar nicht, dass Sperrmüll ist, aber ich bin nach Hause gelaufen vom Bus und habe extra, ne, nicht extra, also zufälligerweise bin ich früher ausgestiegen. Dachte, ich laufe noch ein Stückchen, weil ich frische Luft brauchte. Und habe etwas am Straßenrand entdeckt. Und das zeige ich euch jetzt. Das sitzt nämlich hier drüben. Ja. Ein riesiger Kuschelbär. Hier sitzt die süße Noemi. Und die hat auch noch ein Schweinchen im Arm. Moment, hier. Dieses Schwein, das zeige ich euch jetzt zuerst. Das ist mein Schwein. Huch. Das Schwein habe ich schon immer, das habe ich nämlich zur Geburt, glaube ich, bekommen. Oder zumindest, als ich noch ein ganz kleines Baby war. Das ist eigentlich immer bei meiner Mutter zu Hause, aber sie hat es mir aus Versehen mitgebracht, weil das bei meinen Sachen dabei lag. Das wird aber wieder zu meiner Mutter kommen. Da sitzt das dann auf dem Sofa. Und ja, jetzt war das aber zufällig gerade hier und die Noemi hat ein bisschen damit gekuschelt. Und da sieht man auch, dass man das mal wieder waschen könnte. Das ist nämlich schon sehr abgeliebt und ein bisschen grau. Ja, aber natürlich, was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist der Bär hier oben. Der ist nämlich riesig. Seht ihr mal meine Hand zum Vergleich. Also der ist wirklich total groß. Ich nehme jetzt die Noemi mal raus. Ups. Dann seht ihr das. Der füllt hier wirklich das halbe Babybett aus. Und der sieht aus wie neu. Ich setze mal eben die Noemi hier rüber. Kann ich euch das besser zeigen? So, der ist nämlich echt wahnsinnig groß. Wahnsinnig süß. Sieht aus wie neu. Und ich dachte, naja, es war natürlich dunkel. Ich habe es nicht richtig gesehen. Aber ich dachte, bevor den jetzt der Sperrmüll mitnimmt, nehme ich den nochmal mit nach Hause und gucke mir den genauer an, was ich dann auch getan habe. Und als ich den dann zu Hause bei Licht angeguckt habe, jetzt fällt hier alles runter, ja, habe ich dann gesehen, dass er echt total super noch aussieht. Also man sieht gar keine Gebrauchsspuren irgendwie. Und dann habe ich den jetzt mal hier hingesetzt und mal gucken. Er nimmt halt sehr viel Platz weg. Aber, ja, ich denke mal, für Noemi ist das auch ganz schön. Die Süße darf sich da jetzt auch wieder hinsetzen. So. Ja. Ja, wir haben nur ein bisschen umgeräumt. Und zwar hier oben ist jetzt dieses kleine Regal mit den Sachen. Hier oben seht ihr die Zwillinge. Die liegen hier in der Babyschale. Es ist wirklich sehr, sehr eng. Und wie ihr seht, ist damit auch der Platz, den wir haben ausgefüllt. Hier steht jetzt noch der Kinderwagen. Und da ist der Rest der Babys drin. Hier ist die Fina und der Alu. Da habe ich jetzt gerade das Schweinchen noch mit hingelegt. Das kommt jetzt wieder hier drüber. Ja. Das war jetzt wirklich nur ein ganz kurzes Video heute. Ups. Ich wollte auch mal mein neues Stativ ausprobieren, das ich zu Weihnachten gekriegt habe. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Das ist nämlich echt ungewohnt, weil ich noch nie mit Stativ gefilmt habe vorher. Aber mal gucken, wie das geht. Ich habe auch jetzt heute endlich mal eine neue Glühbirne gekauft. Ihr wisst ja, ich habe schon ewig hier gegen das Licht nicht. Und es war ja nicht so tragisch, weil ich habe ja noch eine andere Lampe. Also, wir saßen ja nicht im Dunkeln. Aber es war eben meistens zu dunkel zum Filmen. Und deswegen hoffe ich, dass das jetzt wieder ein bisschen besser geht. Sodass ich auch im Dunkeln, wenn es draußen dunkel ist, filmen kann. Und nicht nur tagsüber. Ich zeige euch nochmal die beiden Mäuse. Und die Noemi hier drüben. Ich habe auch ein neues Handy. Das ist jetzt auch ein Versuch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie die Videos werden mit dieser Kamera. Da muss ich noch ein bisschen experimentieren. Aber das kriegen wir alles hin. Ihr könnt mir das ja mal sagen, wie ihr jetzt die Videoqualität im Vergleich findet. Und ja, dann kriegen wir das mit der Zeit raus, was da am besten ist. Ja, ich werde jetzt im Anschluss wahrscheinlich gleich noch ein Video drehen mit den Zwillingen. Das kommt aber nächstes Mal. Und deswegen sagen wir jetzt Tschüss. Und ja, Noemi, jetzt macht die da winken. Tschüss. Sie guckt auch gar nicht hin. Naja, egal. Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.